Hallöchen, die da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge ARK Survival Evolved. Mit dabei ist auch wieder unser oberkörperfreier Schmeid. Hallo. Hö. Hö. Ja, wir haben ja noch ein paar Artefakte zum Aufstellen, das wir mal gerne mit euch machen. Ähm, und zwar waren wir natürlich richtig schlau und haben das Artefakt des Schlauen hier. Boom. Ja, das tut es für mich nicht. Genau, wir waren schlau, indem wir überall Brücken gebaut haben. Und natürlich waren wir im Rudel, deswegen Artefakt des Rudels. Wow. Uh. Oh. Ziemlich grün alles. Mhm. Machen wir mal ein Mixen. Ja, ja. Gehen wir es gleich raus. Hallo? Ah ja. Bitte? Gleich mixen? Ja, du gleich mixen. Ich mag es nicht. Alles grün. Nee, ist zu. Zu gleich. Ja, ja. Tu mal das Blaue weg oben, oder? Okay. Wir haben so viel Grün gerade. Zu viel Grün ist auch nicht schön. Das Blaue, ja. Ups. Genau, und hier das Blaue rein. Ups, ups, ups. Jetzt machen wir mal richtig krasser... Ach so, so tust du auch Kleino-Change. Ja, 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 ja. Aha, aha. Du bist jetzt komplett komfus, oder was? Ja, komplett komfus. Ja, komplett komfus. Komfus. Okay. Damit die inneren Monks wieder getriggert werden, hier. Ja, ja. Ja, also da fühle ich mich schon schlecht, wenn ich das sehe. Unordnung ist das halbe Leben, sage ich dazu immer. Meiste beherrscht das Chaos. Richtig. Ja, so viele Artefakte haben wir schon, und das sind immer noch nicht alle sechs Artefakte. Vier fehlen noch, glaube ich. Vier fehlen noch, zehn Gips. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Aber erst... Ja. Ja, ihr habt es sicher schon auch in unserem Outfit erkannt, werden wir uns in die Fluten wieder stürzen. Genau. Es gibt nichts besseres als ein bisschen Tiefseeangeln. Wimmen am Morgen, Vertretkummer und Sorgen. Genau. Ja. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Hey, da sind wir wieder. Hallo. Und glücklicherweise haben wir gutes Wetter erwischt. Ja, heute scheint die Sonne. Ja, wir sind schon mit unserer Yacht weit aufs Meer hinaus gefahren. Genau. Hinten beim Wasserfall dort in der Richtung, da steht unser Haus. Genau, hier drüben ist unser Haus. Sieht man das übernäß? Außer der Ränderreichweite. Also hier müsst ihr euch ein Haus vorstellen. Richtig. Ah, wo ist er jetzt? Ah, hier. Ja. Hier könnt ihr euch ein Haus vorstellen. Ey, was ist los mit meinem... Ah. Mein Fernrohr geht bald den Geist auf. Ja. Und zwar haben wir unsere Hai-Armee dabei, denn wir haben heute was vor. Genau. Und was? Genau. ein Turso Teutis gefunden und darunter war ich der Meinung, dass Anglerfische sind, weil uns wurde gesagt, Anglerfische sind extrem cool. Ja. Anglerfische leuchten schön und sind extrem cool und ich mag Leuchtefische und extrem coole Fische. Dank und Gruß geht raus an Ralf. Ja. Wir möchten uns auch noch bedanken für die ganz tollen Kommentare. Wir haben uns nicht gedacht, dass es so gut ankommt und dass ihr so gern unsere Folgen schaut. Deswegen danke nochmal. Danke. Und ja, schön, dass ihr da seid. Und ja, schön, dass ihr da seid. Dann, gehen wir es an. Ja, bevor ich jetzt noch rot wäre. Okay. Dann, den Basi lasse ich ja erstmal hier oben. Das heißt, wir nehmen nur die Haie. Ja, genau. Gut. Loslegen, bitte. Ja. Gut. Tu so, tu so. Wo bist du? Hier unten. Wartet mal. Nicht so schnell. Ich muss mich erst orientieren. Da habe ich ein paar Fangärmchen gesehen. Genau. Oh ja, da ist er schon. So ein Prachtstuch. Oh, der kommt schon wieder. Oh, der kommt schon wieder. Oh nein. Aber der Basi mischt auch mit. Ja. Ich glaube, die haben hier richtig krasse Panzerung, nachdem die Haie so wenig Schaden machen. Hm. So. Dann, gehen wir es an. Ja. Also. Lüftig. Da einfach. Ich schnapp mal. Bisschen zu. Schnapp, schnapp. Oh, der hat kein, keine Chance gegen uns. Ich habe Tinte im Gesicht. Oh nein. Ich habe trotzdem nicht miterlebt, wie er stirbt. Nee, ich auch nicht. Er zuckert hier noch rum. Ich baue ihn mal ab. Soll ich, oder willst du? Ich mache schon. Machst du. Okay. Okay. Da unten sind auf jeden Fall Quallen. Ach, der Basilosaurus. Ja, ich nehme mal die Basi. Ach, der Basilosaurus. Ja, genau. Wo ist er? Ja, bei uns am Boot noch, oder? Hä? Was? Ach, der Basilosaurus. Wo bist du? Ach, der vorne tut irgendwas. Oh. Er kämpft da rum. Alter, es war noch immer in der Challenge mit dem... Elektrophorus. Ja. So. Du kommst jetzt her. Den Schmarrn macht man immer mit. Nee. Ein ganzer Leinbrauer doch auch nicht kämpfen. Ja. So. Dann. Wo war's? Hier unten. Einfach den Algen entlang nach unten. Das Boot markiert das Ziel. Oh Gott, ich nehme noch das Öl mit. Wenn's schon da ist, Öl kann man immer gebrauchen. Jo. So, Prinzess, bist du hier? Kann ich dir eine Leuchtpistole abschließen, dass du mich findest? Hä? Nee, ich bin ja auch da. Ja. Kommt schon ein Hai. Oh, da ist ganz schön was los hier. Jetzt kommen die Quallen auch. Ja. Dann stürzen wir uns mal rein. Ah, du bist weg. Ach, du bist bei anderen Quallen auch gut. Hahaha. Schön. Ach, da bist du. Ei, komm. Ich helf ein bisschen. Vielleicht solltest du dem Experten folgen. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Ah, noch ein Hai hat sich auch noch eingemischt. So viel Spaß. Äh. Oha, okay. Betäubt ohne Ende. Ah, ein bisschen Lebenspunkte haben wir schon gelassen. Ja. Ja. So 1000. Naja. Ist schon viel. Ah, es sind zwei Anglerfische hier. So. Da kommen noch Quallen. Wo bist du denn jetzt? Was? Ja, ich bin nicht, ich habe mich nicht bewegt. Ich bin dahin gegangen, wo du die Schlucht entlang. Ich bin doch immer da, wo das so teut ist. Ja, ich weiß. Ach, über uns ist so ein Langhals. Der ist auch ganz cool. Aha. Es sind wieder Quallen. Ah, da bist du. Okay. Ich folge dir. Plesiosaurus. Ja, genau. Hier kommt noch eine Qualle. 20. Cool. Uah. So. So. Hast du jetzt mal Lust? Ja, klar. Okay. Schön. Ich stecke hier ein bisschen. Okay. Wir kommen. Ah, da sind auch welche. Ah, okay. Wie machen wir das jetzt? Alle auf Passiv? Ja, genau. Wir müssen jetzt erstmal schauen. 50er. Wo bist du? 15. 8. 8. 5. 80. 140. Und 90. Na gut. Das heißt, wir müssen erstmal die Kleinen wegmachen. Okay. Hey Prinzess. Schubst mich nicht an. Okay. Mach mal auf Passiv unsere Qualle, oder? Hab ich, hab ich. Ja. Gut. Dann. Welcher ist der kleinste? Der 15er da. Welcher ist das? Das ist der braune. Ah ja, der ganz rechte. Ja, der nicht so hübsche. Gut dann. Bereit? Jo. 3, 2, 1. 2, 1. Hey, wieso schwimmen die weg? Schön. Ich weiß nicht. Vor allem, wo wollen sie hin? Okay, der 15er ist tot. Was ist der da vor dir? Das ist der tote. Und der da unten? Das ist der 140er. Und der andere? Ja. Dann der da hinten, den braucht man nicht. Okay. 90er. Auf jeden Fall Pärchenbund. Gut, das... Was mit dem? Ja, aushalten können sie dann doch ganz schön, gell? Nee. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich alle anderen verloren, glaub ich. Solange wir wissen, wo der Hochstufige ist irgendwo. Ah, da ist so einer, warte. Unter mir ist da... 85er, okay. Ich hab den 140er hier. Okay. Und wo ist hier? Siehst du mich? Nee. Bei den Haien vorbei, oder? Ja, ich glaub schon. Äh... Ah, ja, ich seh dich. Okay. Ich komm schon. Ich muss mal die Harpune ausrüsten, die wir extra dafür mitgenommen haben. Ja. Weil die macht weniger Schaden und mehr Betäubung. Cooles Teil hier. Oder? Hab ich einen Netzwerfer? Jo. Nee, Harpunenschleuder. Hahaha. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt Fische netzen? Das wär auch interessant. Okay, der da? Ja, ich schau ihn nochmal an. Der hat... 8,4 Torpa. Und äh... Genau, 2,5 Leben. Okay. Dann... Ich schieß mal 2,3 Schuss mit und dann schau mal weiter. Okay? Ja, ich lad mal die Waffe. Okay? Oh nein. Oh nein. Pass auf, nicht das so ein... Ja. Aber hier ist keiner. Ja. Okay, bereit? Ja. Boah, dauert das lang zum Nachfahren. Gut. Wie viel noch? Geht noch, geht noch. Hopp. Nein. Schläf das schon? Nein. Nee. So, ich schau mal. Ja, ab jetzt machst du weiter. Ja, einmal kann ich noch. Ah. Warte. Achtung, euer Rücktritt. Ja. Wie geht's ihm? Gut soweit. Ticken, ticken, ticken lassen wir ihn. Okay, stopp. Ja. Okay, stopp. Okay. Das war's. Jetzt kümmern wir uns mal um den Eukupteriden. Wo ist der? Weiß ich nicht. Wo bist du? Ich bin hier oben. Links von dir. Soll ich's wagen? Hast du Prime dabei? Ja, so Fisch Prime. Fisch Prime? Ah nein, hab ich nicht. Scheibe. Bleib du mal hier. Jo. Werden. Ja, keiner'll. Ja, ich weiß ihn anfangen Sie. Noch ein da weg. Das ist so schön. Ach so, wie es er sich mitürztet. so fisch prime habe ich dabei auch die haie die haie nicht dass die schnappen wenn eure betrieb kommt sie folgen hier so kommt höher und simon läuft gut so ein basilosaurus wirst du den noch holen oder soll ich kannst hier bleiben ich hole ihn schnell so viel angst gemacht eine quale da kommen qualen ich bin nicht mehr da da musst du mit unseren haien tanken tue ja ja das ist der anglerfisch komm alles für den anglerfisch alles für den dackel alles für den hund kennst du das ne ich glaube das hausmeister krause das war nicht auch normales also hausmeister kenne ich gar nicht normales fisch reinfilet besser oder so so schnell nach hause flitzen kannst du auch ja das wird eine längere geschicht werden zum glück weiß ich ja wo du bist ja da haben auch unser schönes boot aber nicht aus seinem inventar als raustunsel immer die zähmung merke fische wollen primate vom land ja ja die wollen ihresgleichen nicht da werden wir auf dem boot gleich mal einen kühlschrank installieren ja ja da ein bisschen primate rein tun dann ist gefahr erkannt gefahr gebannt ja so ist das hier ach so einen coolen so ein dunclius dius dunclius dius maximus sieht man fast gar nicht warum schwimmen die nicht rum im wasser also bei uns ich weiß es nicht allgemein auch im see waren ja dann die bieber dauernd am boden ja stimmt ja keine ahnung hat das mit einem mod zu tun keine ahnung ne das glaube ich nicht hungrig werde ganz schöne unter wasser das ganze schwimmen das ganz schön kalorien richtig sportlich 50 prozent haben wir schon ja auf meinem weg auf dem beziehungsweise auf dem rückweg wo ist denn der erübte riet hinne solange ich nicht weiß wo der ist habe ich echt angst zum angelfisch runter zu schwimmen unsere armee hier unsere kleine die gruppe die gang die heilgang die gang cool and the gang tauch runter ach da ist der rübte riet da kommen alle moment ja da kommt schon der rübte riet der kommen da schon an unter mir ist er ok ah ja ich sehe ihn schon oh da ist noch einer ja wir wollen uns gleich noch ein paar schwarze perlen mitgeben das ist aber lieb das war's oder ja mit einem heilis abbauen kriegen wir da mehr raus nee achso ich dachte je höher das melee damage ist von so ein hai dass so mehr perlen kommen raus also dodo dex sagt nein achso ja dann vertrauen wir mal diesen dodo dex oder wir bauen es damit ein anglerfisch ab weil der ist ja anscheinend da auch so gut achso ja gut dass wir zu einem haben das ist eigentlich das da ist doch ein anglerfisch was ist denn das für ein level 15 und noch ein eurypterit hier ist ein 145er wenn du willst hier kommt noch ein eurypterit ange wo ist hier bei mir oh mein atemgerät ist kaputt hast du ein zweites am start ja ich hab drei dabei ah gönnerin wo ist denn der eurypterit wir sind irgendwo da in dem seetang zeug mhm eurypterit was ist das hier ist auch ein anglerfisch komischer ja level 15 den wollte ich kaputt machen dann kam der eurypteriter her aha vor mir hat er anscheinend angst und respekt vor mir er weiß wer der babbo ist ist mhm 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 Was ist jetzt der Eurypterit? Weiß ich nicht. Ah! Ah, gezähmt. Cool. Brauchen die einen Sattel? Oder kann man die so? Die kann man so reiten. Ja, witzig. Hey, wie cool. Wie viel HP hat der? 3600. Hier würde noch einer sein. Juhu. Hallo. Ja, ich bin schon da. Nee, nee. Ich habe ihn nur begrüßt. Ach so. Ich bin schon da. Ich dachte, weil ich nicht reagiert habe. Wo denn? Wo denn? Wo bist du? Ach so. Boah, der grunzt. Okay. Okay. Na gut. Dann... Soll ich ihn mal einpotten? Nee, kannst ihn ja auch auf Passiv stellen. Da lassen. Sehr wenig HP. Okay. Ja, 3000. Ja, 3000. Also. Gut. Dann wechsle ich nochmal Darts. Dann hätten wir auch Pärchen-Bonus. Hey. Bin bereit. Ja. Dann leg los. Wie viel hast du noch von diesen Pfeilen? 33. Okay. Ja, dann musst du ja jeden treffen, ne? Ja. Dann komm lieber ein bisschen höher. Nicht, dass doch noch ein Eurypterit kommt. Das finde ich immer so undankbar, was da Material rausgeschleudert wird mit diesen Bolzen. Tja. Die Herrscher der Meere zu sein ist halt nix leicht. Richtig, richtig. Oh. Das war zu lieb. Ich hab nix gesehen. Das ging in die Hose. In die Hosen. Hm. Nee, ich hab alle 50 mitgenommen. Hm. 21 habe ich noch. Mach mal Stopp. Mhm. Sollen wir mal ticken lassen? Du darfst nicht mehr schießen, ey. Bist du noch? Nee, 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 nee. Warte. Ich hol mal den Anglerfisch. Hm. Dass er auch seinesgleichen gleich erkennt. Ja. Dass wir nichts böses wollen. Wir kommen hier in Frieden. Ja. Wir schauen. Kannst du eigentlich Licht an- und ausschalten oder so? Weiß ich nicht. Was ist mit ihm jetzt? Nee. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Aber der schläft schon. Zähmen braucht Weile, sag ich mal. Zähmen braucht Weile, sag ich mal. Zähmen braucht Weile, sag ich mal. Vielleicht mit L? Ich schau grad. L, wie leid. Irgendwas passiert. Naja. Irgendwas machst du aber. Rumpfüttern. Ah. Wie süß. Hahaha. Was ist das gewesen? Das ist der Angriff. Süß. Oh, süß. Yeah. Ah, gewitzig. Anglerfisch ist Level ab. Ich gern immer leben, oder? Ja. Jaja. Kriegt knapp 200. Das ist doch auch schön. Rechte Maustaste ist nichts. Zähmen. Nee. Auch nix. Leertaste? Nee. 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 Nix kann er, außer beißen. Und leuchten. Leuchten. Ja. Das mein ich ja. Mit so'n Blümchen vorne dran. Beobachte mich mal bitte nicht, dass ich eine Europterienüberraschung bekomme. Was machst du denn? Das Öl hätte ich gern nicht abgeboten. Ah, da bist du. Ja. Und hier ist auch noch eins. Bei diesem dunklen Ausblick. Blablabla. Ja, da... Das hab ich die ganze Zeit angeschaut, aber... Tja. Zwei Anglerfische. Der andere will halt nicht fressen. Kommt schon noch. Er braucht eine Zeit, bis er mal so richtig Hunger hat. Oh, da ist noch mal Eurypterid. Vielleicht ist es der von dir. Hey. Okay. Den... Vier schwarze Perlen. Nochmal vier. Hey. Und... Acht schwarze Perlen. Okay. Ja dann. Macht's keinen Unterschied. Hat Dododex recht. Mhm. Cool. Aber wir gönnen ihn wieder leben. Tups. Darf er sein Anglergel tragen? Mhm. Aha. So, jetzt hab ich aber ganz schön Hunger hier. So. Schnapp, 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 schnapp. Haha. Das ist nicht lustig. In der Angler-Gang. Naja. Wenn du mir was machst, dann kommt die ganze Hut daher. Naja, wir angeln eben einfach in der Tiefsee rum. Gibt es noch was tieferes als hier, wo wir jetzt sind auf dieser Ebene, oder? Naja, ich glaub hier müsste auch irgendwo eine Höhle sein. Die ist noch weiter unten, oder wie? Naja, da geht's noch weiter runter. Ähm. Da könnte man eigentlich auch mal hinschauen. Fies sind diese Höhlen, wo dann innen drin wieder kurz Land ist, weil dann brauchst du fast einen Baryonyx, weil der kann ja super schwimmen und an Land gehen. Und betäuben. Aber er ist nicht immun gegen Quallenbetäubung und alle. Was brauchen eigentlich Manta? Die brauchen Angler-Gel, gell? Ja, ich glaub ich hab den Eingang dazu gefunden. Weiß ich gar nicht. Ich hab noch nie Manta gehabt. Manta ist auch noch auf der Liste. Mhm, da kann man rumsurfen wie Aquaman. Mhm. Wo ist der Eingang? Äh, hier ein bisschen weiter, die Schlucht entlang. Mhm, mhm, mhm. Und dann hier rechts rein. Es schimmert schon. Ja, ja, genau. Es kann gut sein. Ich schau mal, ob es lädt, wenn ich da rein schwimme. Ah, das ist eine gute Idee. Guck mal rein, weil du hast einen Geschwimme. Wow. Ah, cool. Na also, über uns ist noch da... Ah, cool. ...der Himmel. Aber schaut voll super aus. Das ist doch kein Himmel. Das ist irgendwie eine Unterwasseroberfläche, oder? Oh, hier ist Öl drin. Ist das eine Höhle? Ja, da ist Öl drin. Cool. Kann man bauen. Oh, super. Ich hätte meinen Minenlaser dabei. Aber kein Sprit. Ja, wir können die Höhle uns ja merken. Ach, ein bisschen zu 42%. Wow, ey. Was ist der da? Ach, da vorne sind Quallen. Ah. Ich bin wieder raus. Ja, da müssen wir mit der Hood vorbeikommen. Cool. Cool. Wo sind wir denn hier überhaupt? Aha. Na gut. Es ist halt, dass man hier nicht so Bojen oder so abwerfen kann, damit man es wieder findet. Ja, aber ich weiß Abnautiker. Ja. So Bojen, ja. Ja, das wird ziemlich cool. Man kann es zwar auf der Karte so markieren, aber... Ja, stimmt. Das könnte man machen. Aber schon auch immer mit Friemel, gell? Aber mit der Karte. Hm. Der Dunklius Blau, der wetzt umeinander jetzt, ja. Ich glaube, ich glaube, ich muss mich um den kümmern. Das ist nicht okay, was der macht. Oh, ich hänge. Sollen wir mal alle auf aggressiv stellen? Nee, nee. Nicht, dass wir dann unseren Anglerfisch wegbeißen. Ach so. Ja. Ja, dann nehme ich hier den Kommodor. So. Wo ist er denn? Wo ist er? Unter mir. So. Gut. Boah. 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 What a goal. Boah. 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 Oh. Boah. Boah. Boah, Boaw. noch zur Belohnung hat er dann noch ein paar Level bekommen. Ja richtig. Weil es sich so ins Zeug gelegt hat. Ah ja fertig. Dein Rest ist auch gezähmt. Super und hier ist das Öl auch frei. Schön. Sehr gut. Einmal erfolgreiche Jagd. Dann hau dich auf den Anglerfisch. Hä. Auch ein Level gemacht. Dann müssen wir uns schon wieder verabschieden. Ich leuchte in deinem Gesicht rum. Ach wo du sitzt da drauf. Oh mein Atemgerät hat die Essensmarken zurückgegeben. Ah ja ist halt auch blöd dass die keine keinen Sattel haben oder Gipsen. Muss noch mal. Anglerfisch Sattel. Aha was machst denn du da. Balzverhalten. Ja richtig. Hast du das Mädchen oder? Ne du hast es glaube ich. Mhm. Aber kann ja sein dass sich mal die Frau mal ins Zeug legt. Was warst du denn heutzutage bei Anglerfischen? Mhm. Sehr emanzipierter Anglerfisch hier. Ja. Ja ich hoffe für euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da wenn ja. Abonniert den Kanal damit ihr nichts mehr verpasst. Wir freuen uns immer sehr darauf. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr. Tschüss. Tschüssi. Vielen Dank.